Was ist, wenn ich Lea sage? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, wenn du das Wort Lea? Lea, was denkt einmal zurück, dein Unterbewusstsein, was ist das Wort Lea? Wie fühlst du dich gerade? Lea. Dass du dir genauso stark bist, wenn ich deine Schulter brühe, wie es vorhin wurde. Noch viel stärker, noch viel stärker, auch 100 mal stärker. Ganz automatisch wird dein Kopf komplett leer. Wenn dein Körper komplett leer ist, alle Gedanken raus. Und mit deinen Augen wieder nach unten wegrollen. Und sie werden verbreiten. Und du wirst dich besser fühlen als jemals zuvor. Besser als jemals zuvor. Und du wirst merken, dass das Gefühl Lea das schönste Gefühl der Welt ist. Das ist das schönste Gefühl der Welt. Und du wirst dich so leer fühlen, du spürst, wie glücklich du bist, komplett leer zu sein. Es wird sich automatisch ein ganz starkes Lächeln auf deinem Gesicht kommen. Ganz starkes Lächeln, jedes Mal, wenn du leer bist. Und es wird immer stärker und stärker. Jedes stärkeres wird, desto wohler fühlst du dich und desto leerer wirst du, desto leerer wirst du. Nichts ist mehr da, nichts ist mehr da, nichts ist mehr da. Und jedes Mal, wenn ich das Wort leer zu dir sage, wirst du genau dahin. Rutschend innerhalb von einer Sekunde, wo du jetzt bist. Dahin, wo du jetzt bist. Wenn ich das Wort leer sage, wirst du innerhalb von einer Sekunde genau da sein. Noch hundertmal glücklicher. Jedes Mal wirst du glücklicher und glücklicher. Glücklicher und glücklicher. Und es wird sich besser und besser anfühlen. Und es wird auch funktionieren, wenn ich dich nicht in Hypnose habe. Sobald ich leer zu dir sage, wirst du genau hier wieder hinbleiben, hier wieder hinbleiben. Und eins, zwei, drei. Alles gut? Mhm. Lieferst du dich, hat gefühlt? Gut und leer. Okay, wie war das? Also jetzt mal ehrlich, wie war das? Es ist gut. Okay. Einfach mal keine Gedanken mit dir halten. Noch leerer als du. So leer, dass du dich nicht daran erinnern kannst, dass du leer warst. Und wenn du dich nicht daran erinnern kannst, fühlst du dich noch viel besser an. Es fühlt sich schon merkbar besser an als Bruder. Du bist total glücklich mit dem Gefühl. Und nochmal. Alles gut? Mhm. Ja. Wie war das gerade? Was war gerade? Weißt du nicht? Mhm. Okay, dann möchte ich, dass du jetzt einmal von eins bis zehn zählst. Eins, zwei, drei. Ja, weiter. Entschuldigung. Zwei, eins, neun. Und eins, zwei, drei.